Herzlich Willkommen zum Rundgang vom Liederfrühling im wunderschönen Monat Mai. Wir wandern zusammen an stimmige und lauschige Orte von uns in Zürich, wo das Lied am ehesten zu seiner Wirkung kommt. Wir sind hier beim Haus zum Lindergarten, dem eigentlichen Ursprung des Vereins Freunde des Liedes. Vor über 25 Jahren haben da drin auf dem Dachstock oben die ersten Konzerte stattgefunden. Leiden wird das Haus jetzt geschlossen für Konzerte und eines der letzten Konzerte wird im Rahmen des Liederfrühlings am Freitag, aber am 12. Mai stattfinden. Ja, ja, hi, hi, ha. Ja, Sie hören schon die wunderbare Akustik rein schon im Stegenhaus. Es kann aber nur besser werden. Und darum macht der Julian Brigadier gerade zwei Konzerte da drin. Einmal allein und zweimal mit Mitgliedern vom Operastudio Zürich. Fast schon so gemütlich ist es dann am Samstagmittag um halb eins, hier in der Froschaugasse im Notenpunkt im Musikgeschäft. Das Lokal hier hat schon viele erlebt. Früher war es einmal eine Synagoge, später ein stadtbekannten Trödlerladen, der ganz Südien eingekauft hat. Und jetzt steht sogar ein Flügel da. Und darum wird uns Christian Immler und Els Biesemanns ein geistliches Programm präsentieren, mit Liedern von Johann Sebastian Bach, einem berühmten Schemellingssangbuch, Hugo Wolf und Franz Liszt. Das Lexikon der Gesangsstimme, das gibt mir Stichworte. Wir sind nämlich hier im Hof des Musikwissenschaftlichen Instituts. Hier können Sie dann einen Vortrag von Prof. Dr. Thomas Seedorf geniessen, über die Entwicklung des Lieds vom 19. bis 20. Jahrhunderts, über die gesellschaftliche Beachtung, über den Weg, den das Lied gemacht hat, aus dem privaten Raum in den öffentlichen Konzertsaalen. Das wird sicher eine ganz spannende Sache. Jetzt sind wir im altehrwürdigen Zumpfsaal zur Waage. Da drin werden am Sonntag, am 14. Mai, um halb zwei, zwei Studenten von der ZHDK ein Konzert präsentieren mit der schönsten Liebeslieder von Jungverliebten oder von solchen, die es geblieben sind, mit dem Op. 37 von Robert Schumann am Liebesfrühling. Wie Sie ja wahrscheinlich wissen, schliesst nächstes Jahr die Tonhalle Zürich wegen Renovationsarbeiten. Darum mussten wir auf die Suche gehen nach neuen Konzertorten. Ein paar probieren wir jetzt schon aus, in diesem Liedenfrühling. Und ab nächstem Jahr sind wir vorübergehend entweder in der Tonhalle Mark oder im grossen Saal vom alten Consi MKZ Zürich an der Florhofgasse oder eben dann auch in den Tonniareal in der ZHDK draussen. Wir sind jetzt im grossen Saal vom alten Consi Zürich, der heutigen MKZ. Hier wieder zwei sehr, sehr schöne Konzerte stattfinden. Zuerst einmal der Jugendchor von der MKZ und dann zu Primetime am Samstagabend das Konzert von unserem Vorstand mit Cornelia Kalisch als Sprecherin von Hans Adolfsen am Klavier und meiner Wenigkeit als Sänger. Zu guter Letzt wird hier am Sonntagabend ein Liederarbeit stattfinden mit Julia Kleiter. Zusammen mit ihrem Cousin Julian Prégardien begleitet werden sie vom Pianist Christoph Schnackerts. Es ist aber nicht der Schluss unserer Saison. Bereits am Montagabend am 15. Mai, also ein Tag später, wird nochmals ein Konzert stattfinden als letztes in der Tonhalle Zürich mit einem äusserst vielversprechenden jungen Liedduo quasi als Lichtblick in die Zukunft des Lieds. Kommen Sie, bringen Sie möglichst jemand mit, vielleicht sogar zwei, drei Personen. Begeben Sie sich mit uns zusammen auf einen neuen Weg mit dem altbewährten Lied. Spannenden Die Gitarren Die Vielen Dank.